Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Formats Alice Infos unterwegs. Vergangene Woche fand die MELA 2015 in Mühlen-Gees statt. Dabei handelt es sich um eine Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau. Wir haben ein paar Eindrücke der diesjährigen MELA für euch, unter anderem am Stand der Marke Lile, die im Landwirtschaftssimulator 17 dabei sein wird. Jetzt geht es los, viel Spaß! Vielen Dank! 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 Bis zum nächsten Video, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!